Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich Willkommen zurück zu TDT! Oh nein! Oh Gott, hier kann man, kann man hier sterben? Mit einem aus dem Team Pizza und Dalu Card und Dardosh. Schön, dass ihr alle mit dabei seid und Christian ist schon direkt... Oh, das ist Bram. Ja, ich will leider erst 10 Minuten offen. Bram, nee! Bram macht Mist! Dalu? Ja, eine Frage. Bist du das nicht da hinten? Ja, du bist das. Wieso machst du sowas? Wenn du diese Schaukel benutzt, überleb' ich das? Ja, weil die Seiner sich ja nur treffen. Warte, was auch hier? Ja, ich war direkt daneben. Weil er hat nämlich Mist gemacht hier. Wollte mich nämlich flashen und dann machen. Du meinst, wenn ich gegenschießen würde, oder? Ja, so lame. Ja, aber die Chance, dass ich dabei sterbe, ist ja ziemlich hoch. Stimmt, versteck mich mal. Ja, mach mal Dalu, für die Fäh! Ich leg einfach ne Disco dahin, ja? Dann fahr' ich doch runter und werd in der Luft getroffen! Wir müssen den nur beschützen, Jay! LOL! Hier kommt einer! Ach, man kann ins Wasser laufen! Ja, ja! Alles gut, Jay, alles gut! Ja, im Wasser ist aber ne Traderfalle! Dalu, wir müssen den schneeben! Aha, woher weißt du das denn, Dadosch? Ja, weil ich das von den Runden da vorgesehen hab! Scheiße! Jetzt hast du nicht mal geschossen, du Labersack! Warum sollte ich denn schießen? Nervt mich! Ich dachte, du probierst das hier! Ich kenn das doch schon! Warte mal! Ich mach die Tür wieder auf! Ich mach die Tür wieder auf! Von Dalu an Peter! Komm, Peter, wir haben am Christian kommt! Ich glaub, er verfolgt für den Online! Christian ist der Detective! Er wird schlimme Sachen mit uns wachen! Ich seh' das schon kommen! Das war nur, wenn er Online hat mich gefunden! Jetzt hab ich hier, glaub ich, andere Leute! Ich glaub, ich hab hier aufgepasst! Wer ist da? Hier gibt's nix zu sehen! Hier gibt's nix zu sehen! Hier ist nur ein Traitor tot! Ey, Leute! Christian, ich hab ihn! Ich steck fest! Du hast mir geholfen, tatsächlich! Ich glaub, ich hab verschlafen wieder, Lupin! Hier! Wer ist es? Reingelegt! Ach, scheiße, ihr seid ja doch noch da! Fuck! Ey! Ey! Frank! Was machst du denn jetzt? Versteck die mal, Sepp! Peter kommt! Vorsicht! Peter kommt! Ey! Das muss ich einmal durch! Nein! Peter nicht machen! Alles klar! Sepp hat Peter! Nene! Doch! Ich hab's gesehen! Sepp und Jay sind Bram in den Abgrund! Kann das sein? Auf jeden Fall wurde Peter erschossen! Peter wurde hingewiesen! Ja, Sepp und Jay sind Jackal! Meinst du, Sepp hat Bram einfach gemacht, weil er Jackal war? Ich? Also, wenn die beiden ins Loch geworfen, dann sind es Sepp und Jay! Sepp und Jay sind Jackal dann wahrscheinlich! Ich will ja einfach alles wegschießen! Ja! Weißt du da? Ja! Wir haben die ganze Zeit zusammen rumgegangen! Ihr habt zwei Traitor erschossen! Ihr beide! Jeder ein von euch! Okay! Ja, das funktioniert gut! Ja! Ich bin ja eh, also Detective! Ich wollte grad sagen Wissenschaftler! Wissenschaftler! Ja, ich bin Wissenschaftler! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ey! Ey! Du ziehst doch auch auf mich, sonst wüsste ich es nicht! Ich guck dich nur an! Ich zieh dich auf dich! Das war unterstieg! Komm ab, Sam! Ja, komm! Das wüsste ich! Das wüsste ich! Okay! Ich hab mich erschrocken! What the fuck! Ey, ich hab den auch jetzt erschrocken! Ich hab mich aber auch einfach nur hart erschrocken! Das Problem ist, dass Dalu die ganze Story erzählt hat und ich schon wieder anfangen, zu dem zu glauben! Das heißt, das kann nur falsch sein! Christian, ich hab aus Versehen geschossen! Er schießt gleich wieder unschuldige Leute! Ich wollte Jane nicht anschießen! Nee, nee, nee! Ich wollte ihn eher schießen! Das war ein Versehen! Es sind die beiden noch! Kannst dich doch wieder heilen! Hinter dir Dalu! Hinter dir Dalu! Hinter dir Dalu! Ich kann mich nicht heilen! Hier ist ein Geschenk von Feder! Aua! Weg! Weg! Da kommen Bienen übrigens! Was soll er denn eigentlich wieder benutzen? Schon wieder Bienen? Nee! Hast du Sepp eigentlich auch gemacht? Nein! Sepp? Sepp lebt noch! Er lebt noch! In die Richtung! Woher weißt du das denn? Da kommt da raus! Achso! Gleich direkt erstmal! Und Jane, glaub ich auch! Jane zielt! 1-2! Ja! Er schießt! 1-2! 1-2! Okay, das war ein Test! Ihr seid alle böse! Ich wollte gucken, wie ihr alle reagieren! Nein, Jane und Sepp sind böse! Ja, weiß ich! Glaub ich! Ja, okay! Ich komm jetzt nicht hinter dir her, ne? Wieso? Wieso? Ja, siehst du der war Zeitkick? Boah, da nur Hände! Ja, weg mir am Arsch! Und der Sepp hier! Da, da schläfst du noch? Ja! Ich bin immer noch hier! Okay, cool! Oh, warte mal! Wo auch? Den müssen wir mitnehmen! Achso, den! Ja, ich bin immer noch hier! Kannst du zum Geschenk legen! Kannst du zum Geschenk legen! Warte mal! Kann man ihn irgendwie schaukeln lassen? Ah, Jay schaukelt nicht so gerne! Der hasst Schaukeln! Ne, sieh ja schon! Ich glaub zumindest als Kind hat er den gehasst! Armer boy! Wir können ihn rutschen lassen! Das hat der auch gehasst! Huiii! Oh! Wahrscheinlich war das... Naja! Ich hab endlich mal ne Zeit! Sepp! Was ist dein Plan? Ne, das war jetzt nur... Ich muss noch ein bisschen shoppen hier! Aber du hast ja sowieso keine Krampfen hier! Und dann muss ich noch nen Trader beleben! Der hilft mir vielleicht! Ja, vielleicht! Das kann man machen! Oh! Wer ist denn da gestorben? Das ist aber doof! Das war jetzt blöd! Das waren Millionen! Das war jetzt ganz schön! Was ist denn da? Ich hab keinen richtigen Plan! Ne, braun ja nicht! Ich mein... Chris! Ja, so ist er auch tot? Dadurch, du sagst mir was passiert! Ja, er ist einmal gestorben! Er hatte so ein Fasting! Was ist denn? Ja, ja! Was ist denn da? Das ist das denn? Was? Ach, weil du mir einen Header gegeben hast, konnte ich da nicht... oder warum konnte ich nicht wieder spawnen? Ich kann an deiner Trailerwaffe gelegen haben, die du in der Hand allest. Oh man, was ist das denn für ein Mist? Ich konnte nämlich nicht spawnen. Dalu hat die Wahrheit gesagt, ich bin echt verstanden. Oh, Dalu ist echt kalt analysiert, ey. Nächste Runde nicht mehr. Du, das war auch zugegebenermaßen relativ offensichtlich der Killfall. Ja, nachdem du dann noch einen Trailer gemacht hast. Ja, ganz schön frech, ey. Das war echt eine Premium-Runde für uns Tees. Ja, da kann ich ja nichts für. Da kannst du was dafür, du hast mich wegehauen. Also das ist schon... Ja, aber ich bin ja auch Sidekick. Ja, ich sag ja nicht, dass das Böse ist. Ich sag nur, dass du da was für kannst. Sam, du warst halt ein easy Opfer, was ich direkt blamen konnte als Trailer. Ja, ich hab mich schon gefragt, so okay... Ich bin Detective Peter. Peter, wenn ich tot bin, wissen alle, dass du es bist. Hier ist kein Peter. Ein Täter ist auf jeden Fall dabei. Hier ist kein Peter. Mord. Oh, oh. Alter, was macht ihr da zum Quatsch? Bist du ein Prop? Nein. Bist du ein Prop? Der musste sterben, Jay. Der war scheiße. Ey! Warte, den hab ich einfach weggeschossen. Das war einfach ein Affe. Liegt Dadosch da? Kann ich dich in den Mülleimer bringen jetzt? Ich weiß es nicht. Hier, bring mich in den Mülleimer. Achso, du bist jetzt in den Mülleimer. Aber Dadosch hat dazu nichts gesagt. Ich glaub, da liegt wirklich Dadosch. Ich dachte, du könntest nur der Tasse werden. Nee, konnte ich nicht. Bleib mal da. Geh mal nicht durch die Tür. Das ist schlecht. Wo ist der denn? Was? Was? Geht ihr mir hier gerade an? Ich hab's ja nur irgendwo. Beschützt dich. Dadosch wird wiederbelebt. Er muss oben sein. Da, wo alle anderen stehen. Hä? What the fuck? Ich war's. Diese Panik in deiner Stimme. Habt ihr's gehört? Alter Schauspieler, der... Das ist echt smart. Lol. Das fällt gar nicht auf. Das fällt nicht auf, ne? Oh nein. Na, wer das früher noch gemacht hättest? Oh, lol. Ich hab das auch nicht gewusst. Das hätte ich auch nicht gewusst. Ah, jetzt. Oh, oh. Da kommt das Ding noch wieder. Was ist jetzt außerhalb der Web? Wow, drei Leute. Pass auf. Hab ich jetzt genau. Lol. Christian hat Pisse geworfen. Okay, nicht auf mich. Pisse aus meinem Arsch. Nicht auf Dadosch. Alter, ich hab einfach auf die... Alter, das ist ein Fass. Hinter dem Fass. Da hattet ihr voll das Errorzeichen überm Kopf. Wer? Wer? Der in der Tür gerade. Wer? Der in der großen... In der Doppeltür gerade war. Dann ist der Bram. In der Doppeltür! Nein, dann ist die Doppeltür, Christian. Alter, okay. Also Bram wurde schon gecallt. Nein, der hat... Von Christian. Da, ey. Dein Doppeltür kam nach dir. War das nicht der Jayinator? Das muss doch Sepp gewesen sein. Nevermind. Der Jayinator... Der Traitor-Raum ist auf. Danke, Bram. Kannst du nochmal machen? Ne, ich will auch. Fuck you. Ja! 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 Ich bin irgendwo drin! Beide drin! Ich bin durchs Loch gefallen direkt. Scheiße! Ich hab jemanden gefunden. Scheiße, jetzt bin ich... Ich bin... Sepp. Sepp hat Bram erschossen dann. Sepp war dann hinter Bram und hat den erschossen, weil der Einzige, der gefehlt hat. Sepp ist dann bösewicht. Okay, lass... Das... 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 Das ist ja wohl lächerlich. Ihr habt dich komplett abgeschossen mit der... Ja, und ich hatte einen Little Helfer. Als ob du den Little Helfer genau benutzt hast. Das ist ja wohl... Oh fuck me! Was? So straight auf mich zu. War mir zu unsicher. Ähm... Sind schon wieder Sepp. Ey Leute, ihr sind wieder welche gestorben. Ich weiß gar nicht, was dir passiert ist. Sie stand einfach da rum. Hast du grad eine Biene rausgeschmissen und bist wieder... Oh Gott. Dadurch, jetzt mach mal hier was richtiges und knall einen von den beiden ab, damit ich weiß nicht den trauen kann. Wen soll ich denn abschießen? Sepp oder Jay? Ne, es sind doch beide. Sepp hat Bram gemacht. Ja, einen von beiden sollst du abschießen, damit ich weiß. Okay, aber ich kann jetzt nicht mehr nach oben gehen, weil Jay seine scheiß Biene da rausgeschmissen hat. Ich hab Sepp abgeschossen. Ja, Jay ist in dem Förderraum, da wird er wieder rauskommen. Och ey, Jay will mich schon wieder abfangen, aber ich bin grad im Little Helfer. Wo ist er denn? Hier an... Muss ich mich erst heilen, Jay? Warte kurz. Ja, ja, ja. Die sind beide. Die sind beide. Oder rechts von der Tür? Rechts von der Tür? Beide. Sepp wieder? Scheiße. Ja, denk an die Falle hier. Ne, die Traitorfalle. Wo ist er hin? Ja, durch die Tür. Wär richtig fest, wenn er links ist. Hier, links, links! Ja. Fuck! Mann, ey, der Little Helper ist mega nervig, ey. So ein safer Kill war das theoretisch. Da kriegst du den Little Helper, ey. Ich hätt' dich so schön über den Haufen geschießen können. Ah, Mann ey. Ich hätt' dich einfach auf den zu und dann mock den einfach. Das war so geil aus. Da hab' ich echt doof geguckt, so. What the fuck, was ist das für ein Tick-Server jetzt hier? Es waren so viele Leute oben und du bist von ganz hinten auf... Du bist von hier straight auf den Traitorraum zugelaufen. Alles klar, die Tür ging gleich auf. Ja, die Tür ging auf. Ja, okay. Und jetzt wieder... Das mag... Das mag was offensichtlich gewesen. Wo kommst du mit Rollen? Neun. Okay. Wenn ich Trader... Oh, 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 oh. Jetzt geht's ab, Leute. Ich werd' nichts sehen. Ich seh' nix! Wieso schießt du denn? Uuuuh! Ja, es ist... Chris hat... Warum hast du... Christian hat mich angeschossen. Ich hab schon vor Ablauf der Zeit geschossen. Nee, erst danach. Nee, aber er hat nicht durchgezogen. Und Sepp hat geschoppt. Das heißt, er hat seinen Traitor-Kollegen angeschossen. Er hat das nicht gemerkt. Das bedeutet, Chris und Sepp sind Traitor. Alles klar. Ich hab den voll gewöhnt. Er macht die Beine Tresse. Nee, ich nicht. Das ist euer Job. Sepp aber auch den Traitor-Klasse. Du machst nur den... Magier. Hab ich jetzt mal da durch? Wart, Peter? Wart bist du? Magier. Wart bist du? Magier. Magier. Peter, die Schildkröten kann man explodieren lassen. Geh doch weg. Was willst du hier unten? Nichts. Ja, die hier sind auf dem Platz liegen. Wie, doch. Ist der Traitor-Tester oder was ist das? Ja, aber sonst nichts. Oh, Alter. Mach mal auf hier, Sepp. Jay, mach mal auf hier. Nee, kann ich nicht. Mach mal auf. Komm, mach mal auf. Mach mal auf. Mach mal lauter. Mach nur du mal auf. Guck mal, ich drück schon eh. Das geht nicht. Ich kann nicht. Das geht nicht. Na, mach mal auf hier, Peter. Dalu. Oh, oh. Dalu hat den Brammen gemacht. Dalu ist ein wöser Junge. Dalu, mach mal auf. Er konnte mich nicht mehr sehen. Er hat einfach Dalu gerufen, weil er wollte, dass ich es bin. Ja? Er hat recht. Wer war da nicht? Peter, ich verfolge ihn. Ich verfolge ihn mit dir. Du schießt mich doch gleich ab von hinten. Nein! Ich war jetzt vorher Trader. Das kann ich doch nicht wieder sein, Peter. Also wenn, dann bist du eher Trader. Ich hab meinen Trader-Runden schon verbaut. Ich hab sie durch die Tür gezogen. Oh nein, Dalu hat die anderen auch schon mitgemacht. Ne, Christian ist jetzt gleich der Nächste, der in die Falle tappt. Peter, rechts. Ich bin der Nächste, der in die Falle tappt. Ne, doch. Hallo? Ich weiß jetzt nicht, was da ist, aber ich trau. Oh Gott. Willst du einen in den Schneemann bauen? Da ist Christian. Oh, Peter. Fuck. Ich hab' zu viele Leute. Christian hat mich geworfen. Christian hat mich geworfen im Schneemann. Echt? Echt? Christian ist es. Ich sag ja. Ich werd von hinten. Wir haben Christian gemacht. Entschuldigung. Da passiert. Wer trinkt denn hier schon wieder? Ich muss erst den Raum sichern. Wieso bewegt sich die ganze Zeit diese fucking... Ah, Chris war also ein Scheiter. Mensch. Wie? Ja, ich hab ihn gemacht. Ja, ist ja okay. Dalu ist der andere, oder was? Nee, ich hab Christian gemacht. Der hat gerade Peter erschossen. Nee, 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 nee. Jay ist der Letzte. Nee, 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 nee. Ja, natürlich ist da ein Böse. Du wurdest am Anfang gekonnt, du Lamasack. Der von Bram, der nichts gesehen hat. Ja, der Innocent ist und verdient. Weil Christian ihn erschossen hat. Ja, ist klar. Ihr seid aber ganz schön. Er liegt wieder falsch. Ja, macht ihr beide wieder. Oh. Talu, ey. Frech Dachs. Alter, ich muss mir erst heilen. Wieso musst du dich heilen? Du hast auch noch 100 B gehabt. Wer ist denn noch da? Darlosch. Wo ist Dalu? Bin gleich Darlosch. Ja, er guckt halt durch die Türen auf die Mitte, ne? Was soll ich sagen? Durch die Türen? Darf ich irgendwie zu dir kommen? Nee. Okay. Wir haben noch keine zwei Trader confirmed. Sepp jetzt confirmed. Hey, klar. Christian und Dardo. Ja, ja. Christian war Dardo. Aber Dardo ist doch der Böse. Hörst du auch mal mich zum Mobben jetzt hier? Außerdem willst du mich wieder irgendwo hinlocken. Oh, ich bin in die Falle gelaufen. Oh, nein. Ja, und ich habe keine Credits. Das ist natürlich jetzt scheiße. Mist. Darlosch, wo bist du denn hier eiert? Ich habe mal drei AP und ich habe nichts. Ja, nix. Das ist correct. Ich habe ein Geschenk für dich. Warte mal. Hast du wirklich ein Geschenk? Dann würde ich das erst mal austesten. Danach können wir... Das ist aber kein Weihnachtsgeschenk. Toll. Nee, dann nicht. Guten Tag, Sir. Das ist eine Schildkröte. Nein. Ist das mein neuer Hut? Da, du. Ich konnte mich sehen. Ich habe was rausgefunden. Pass auf. Also, pass auf. Ich wusste nicht, dass an der Stelle ein Traitorraum ist. Aber ich konnte dich die ganze Zeit durch die Wand sehen. Deinen Schatten. Ja, okay. Den Schatten kann sein. Deswegen bin ich so langsam um die Ecke gelaufen. Dann habe ich da links geguckt. Ja, das habe ich auch gesehen. Weil du logischerweise in den Traitorraum standest. Obwohl ich nicht wusste, dass der da ist. Ja, Mapfortsheim war wieder für Dalu. Ich wusste es auch nicht, aber ich habe die rote Hand gesehen. Ja, ja. Ist okay. Und deswegen wusste ich, dass du da sein musstest. Ich habe nämlich einmal gesehen, dass du gegen die Wand geguckt hast. Das habe ich ja auch... Ich konnte ja durchgucken. Aber wo wusstest du, dass ich da drin bin? Der hält ja auch die da andere. Du bist ja vor mir vorbeigelaufen. Ja, ich weiß. Ich konnte dich von unten durchgehend beobachten, während du da hochgelaufen bist. Ich weiß, alles gut. Ich habe die Sidekick Gang zum Verrecken nicht gefunden. Ich wollte gerade sagen, Jay muss da Schakal gewesen sein. Der ist da auch an der Wand gestorben, oder? Ich war Schakal, ja. Und dann Jay ist da an der Falle gefahren. Sepp hat mich mit dem Schneeball getroffen. Dann ist Teda mit dem Martildom gestorben. Ach, ich bin am Martildom gestorben? Ich habe in meiner Panik, als ich da unten nicht durch die Tür durfte, habe ich gedacht, ihr schießt mich jetzt einfach gleich weg. Weil ich habe wirklich bei noch nicht abgelaufener Zeit angefangen zu schießen. Dann musste ich mit Martildom kommen. Und als wir dann in dem kleinen Raum waren, habe ich Bang gemacht. So, können wir mal einen töten? Aber das dauert viel zu lange, bis der zum Schneeball geworden ist. Aber Jay hat dann auch auf uns alle geschossen. Jay rastet immer nur aus, wenn er Traitor ist. Du hast auch auf mich geschossen, mein Freund. Ich habe doch nicht auf dich geschossen. Das ist absolut gerecht. Ich möchte meinen DNA-Scanner testen. Nehmen wir mal diese explosive Schildkröte und werfen sie auf den Platz. Ja, das ist gut, das ist gut. Ich schütze euch! Es ist Jay, das war ich nicht. Das würde ich nicht machen, es ist halt Jay. Es ist Jay oder Dalu. Es ist Jay, da bin ich ziemlich sicher. Ey Leute, 50% Gewinn-Chance, Jay oder Dalu. Oder beide. War das nicht. Scheiße. War das nicht. Komm Jay, warte, wir machen es nochmal. Noch nicht drücken. Fuck you. Hier, beim Ram liegt ein. Ey Dalu. Dalu, als letztes hat er dich gesehen. Steht da. Ja gesehen. Das ist ja auch explodiert. Ey, ich traue mich jetzt. Ey, interveniert doch. Mach einfach mal Dalu, ich habe nichts gesehen. Dalu macht die ganze Quatsch. Jetzt geht er auch. Null. Da ist wieder einer explodiert. Ne, das war nur eine normale. Das war eine Disco. Ne, okay. Dalu, was hast du gerade gesagt? Dalu ist böse. Das hat er da gesagt. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Naja. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Wieso ist der jetzt so still? Dalu macht den Quatsch, ja. Genau. Er hat irgendwas mit ich gesagt. Das hat er gar nichts mehr gesagt. Ist doch gestorben hier. Der ist doch hier durchgegangen, weil ihr habt doch gesehen. Der ist da durchgegangen, aber da ist auch kein grüner Punkt. Was? Ich gehe durch. Ja, okay. Dann kommst du aber nicht mehr durch. Okay. Also Jay und Dalu sind jetzt durch die gleiche Tür gegangen, ja? Und dann soll ich jetzt nicht so Spicious finden. Ne, 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 ne. Da wurde eine Bärenfalle gelegt. Direkt in der Tür. Jay, hast du die gelegt? Wer ist da reingelaufen? Ich habe doch gerade zu Jay gesagt, der soll da nicht mehr raus. Ja, das habe ich doch gesagt. Ja, finde ich trotzdem nicht cool. Also Bärenfalle ist hier, also ich als Detective finde, das kann er nicht begrüßen. Darf ich hier jetzt wieder rauskommen? Hier war es mal aus. Ja, dann habt ihr einen Schärm. Ja, dann verzieh ich mich hier. Okay. Ey, Junge. Peter? Was ist da los? Peter? Hast du Christian gerade gemacht? Nein. Ich habe keine Ahnung, wo Christian ist. Peter hat Christian gerade gemacht. Ja, okay. Also hier, Christian ist tot. Warum? Das letzte Worte waren Fee. Warum schießt du auf mich? Genau. Schießt doch nicht zurück. Hast du ihn gemacht? Ja. Und? Ja. Sehr gut, Bram. Aber ich weiß nicht, ob wir wiederkommen. Können auch kurz da. Er ist auf jeden Fall auch schon explodiert. Hast du was zum Heilen? Wahrscheinlich nicht, oder? Na, warte. Ne, ich habe auch keine Credits. Ich muss erst noch einen töten. Töte du mal den Nächsten. Auf jeden Fall muss der Jay oder Dalu sein. Egal wie wir von beiden sehen, auf den beschießen wir einfach. Ja. Oder Jay und Dalu können sich gegenseitig machen. Wir können hier den hier mal... Es gibt doch hier, ne? Ne, das ist zu weit weg, Bram. Das ist zu weit weg. Okay, ich lasse den dann einfach hier fallen, ja? Auf dem Weg, ich sehe da hinten einen grünen Punkt. Ich bin nämlich Seher. Aha, okay. Das ist alles. Moment, das heißt, ich töte den jetzt einfach, indem ich so mache. Warte mal, da hinten ist aber nur noch ein grüner Punkt. Ja. Also ist Dalu oder Jay sowieso schon tot? Ja, das heißt, wir können mit uns reden. Also, wer auch immer, dann ist er Jay. Jay redet doch nie. Oder du bist Sidekick geworden? Ne. Könnt natürlich sein. Aber dann stellt sich die Frage, warum du jetzt so lange mit mir spielen würdest. Weil ich noch drin, dass ich ein Player habe. Ich hätte mich einfach weggerotzt hier. Du hast ja kein Leben. Du bist nicht so der Player. Du machst eher so... Ne, ich bin ja der Rotzer. Warum liegt hier eigentlich eine Granate? Eine Bombe, meine ich? What? Oder? Können wir gehen einfach? Wir stellen uns einfach irgendwo anders hin, ja? Das ist keine... Also, die kannst du ja nicht entschärfen. Das ist ja egal. Ja, lass doch trotzdem irgendwo anders hingehen. Also, der ist auf dem anderen Ende der Map. Hier. Der kommt hinter uns. Der... Hätte ich mit der Harpune getroffen, wäre Jay gestorben. Das hat er leider nicht mitbekommen, dass ich auf den geworfen habe. So eine Schalte. Ich hab mich zwischen Dalu und Jay entscheiden müssen, hab mich für Jay entschieden. Aber irgendwer hat Dalu umgebracht. Ja, ich nicht. Ich glaub Dalu selber. Ich nicht. Ich war Dalu also selber. Ich war Dalu selber gestorben. Ja, das war ja... Das war ja mal wieder eine schöne Runde TTT. Hat mich der Bram einfach von hinten überrascht, die Sau. Aber gut gespielt. Und wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.